hallo und willkommen zu einem neuen video hier bei mir und heute bin ich mal wieder auf enten games und ja ich sage erst mal danke an pvp bananenmann beziehungsweise kaipo gamer hd dass er mir hier premium geschenkt hat ziemlich nett und ja er fragt euch wahrscheinlich warum ich am spawn bin ich habe hier noch ein wort das mache ich jetzt mal auf die kiste dann kriegt man da was raus gucken was ich bekomme jetzt tnt selten das ist doch mal gut okay ich habe ja jetzt im premium rang mit ich gehe erstmals home 1 hier bin ich dann bei meinem haus ich habe oft ein bisschen gespielt also sind hier ein paar items jetzt drin ich war halt ein bisschen mit ihm in der farmwelt kaipo gamer hd und ja mit slash hat kann man jetzt einmal in der woche ich mache jetzt erst mal von mir selber mal gucken ob das jetzt funktioniert hat ja es hat funktioniert dann kann man sich seinen eigenen kopf holen was ziemlich cool ist dann ich würde sagen ich brauche mal an meinem haus war da ich gucke erst mal hier 323 dann hier sieht ein bisschen komisch aus vielleicht erst mal aber ich habe hier gerade im plan damit das so ein bisschen symmetrisch wird moment ich glaube hier ja ich glaube in der folge werde ich mit dem kleinen haus schon mal fertig okay hier so okay da also gleich schon mal das haus hier von innen ich von innen aber die wände und so jetzt mache ich hier erstmal den ganzen boden richtig fackeln habe ich ja noch vom starter dings die erde kann man vielleicht auch mal brauchen ich mache das jetzt jetzt hier den boden rein gleich ist ich musste jetzt erstmal hier den boden fertig machen tut mir leid wenn es jetzt nicht so spannend ist fertig zu machen ich glaube mit dem holz von letzter folge reicht das auch ich denke ja ich glaube ich muss noch einmal so ein bisschen koaften ja ich brauche noch drei stück ich mache aber mehr so ein paar noch ich brauche noch eine damit ich mich in der tür machen kann ich meine tür so dann baue ich mir jetzt hier die tür ein und dieser kopf habe ich erst mal wieder ein und ich mache ihn erst mal hier drüber ja sieht doch schon mal ganz okay aus dann mache ich hier mal fackeln rein und ich verlage erstmal hier bleibt man hier so ein bisschen hängen ich mache erstmal hier mit gut so ich mache erstmal das überflüssige solch an was ich gerade nicht so brauche dazu zählt dass das das brauche ich gerade alles nicht so obwohl eigentlich ja ich glaube ich pflanze immer zwei dschungelbäume an oder so ich habe hier 13 von der farm welt mir geholt hier baue ich mir so eine kleine farm auf oder habe ich hier irgendwo habe ich hier eichenholz leider nicht das wächst da hinten schön ok guck hier mal so ein bisschen jetzt habt ihr es gerade gesehen hier bei dem kopf sonst die verschienen wunderschöner skin sieht man hier auch noch mal ja und das kann man dann so einmal wöchentlich machen finde ich eigentlich cool ich mache hier vielleicht so zwei fackeln noch mal hin damit auch wenn sie so dunkel wird so ein bisschen heller ist ich gucke hier mal bei meinen nachbarn vorbei hier ist pvp aktiviert kann ich mir ja mal merken wenn dieser nachbar da ist das haus hier ist schön ich gucke mir das jetzt mal an eigentlich ist der server ziemlich unverwackt alles klar war hier ist richtig schön gestaltet mit den köpfen richtig coole ideen ja hier sieht sieht man das wenn man wenn da so steves da und erschaffen scheinen oha oha man kann sich damit teleportieren höh das liebe eolein ok her was bringt das jetzt genau ok ja ich glaube ich würde sagen das war's mit dem video lasten lag und abo da und ciao ciao ja